Das ist eine Strafanzeige, kann ich jetzt schon sagen. Dann ist die Fahrt für Sie erstmal hier zu Ende. Alles Lose drauf, das kann alles runterfallen, gerade dieser Klopf da oben. Hast du auch noch Stoff mit? Gib's raus, komm. Wir sind einmal zu zweit unterwegs mit dem 832 im Bereich Nordfriesland, Land- und forstwirtschaftliche Kontrollen. Sie sind die Spezialisten, wenn es um Verstöße von Landwirten auf Nordfrieslands Straßen geht. Wollen wir einmal hinten durch die Köge und dann Richtung Norden hinten durch auch wieder? Oder über Eiderstedt? Alles einmal weg, ne? Hauptkommissar Dirk Renk und Hauptmeister Dirk Jakobsen von der Polizei Husum sind fast täglich auf Streife. Die beiden wissen, Anfang August ist die Weizenernte in vollem Gang. Eigentlich. Ne, der steht auf dem Gelände. Da ist nichts zu holen. Nach tagelanger Trockenheit sieht es heute nach Regen aus. So, Landwirt. Irgendwann ist die auch mal los jetzt, 8.41 Uhr. Na ja, bei dem Wetter war das klar. Die haben die letzten Tage ja das ausgenutzt und waren nur unterwegs. Die wissen ja auch sehr gut, wie das Wetter wird, die Landwirte. Das merkt man also sofort. Wenn die Landwirte unterwegs sind, heißt das eigentlich, oh, da regnet morgen oder übermorgen spätestens. Das ist der beste Wetterbericht. Doch kein Regen. Die Landwirte werden aktiv. Ja, den Träger da hinten, den werden wir einmal kontrollieren. Hier ist eine gute Stelle, da stören wir auch die anderen Verkehrsteilnehmer nicht. Die großen Zugmaschinen mit ihren oft überlangen und überbreiten Anhängern werden schnell zur Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer. Besonders, wenn sie schlecht oder gar nicht gesichert sind, weiß Hauptkommissar Renk. Moin! Die Polizei aus Husum eine Fahrzeugkontrolle. Haben Sie alles dabei, was man so dabei haben muss? Ja. Also ein Führerschein und ein Fahrzeugschein für beide Maschinen würde mir schon... Führerschein habe ich nicht dabei. Ich glaube, das ist von den Kipper, aber nicht von dem hier. Wo ist Ihr Führerschein? Der liegt in meinem Portemonnaie jetzt bei uns auf dem Hof. Sie wären doch einer der wenigen Fahrer, landwirtschaftliche Geräte, die den mithaben. Also ich bin da immer schon gar nicht mehr böse. Ich werde das gleich funktechnisch überprüfen und Ihnen einen Kontrollbericht ausstellen. Einmal bitte nochmal die normale Beleuchtung einschalten. Da geht's. Da geht's nicht. Kommen Sie mal mal drunter. Dann hol ich mal was zu schreiben, ich bin gleich wieder da. Alles gut. Auch hier hinten drauf, die ganze Kante, die liegt voll. Ja. Wenn da so wie dieser hier, kleine Steine drin, die ditschen da auf der Straße auf, wenn sie fahren. Der hinter ihnen fahrende Pkw kriegt den in den Scheinwerfer oder in die Windschutzscheibe. Allein, dass da oben, wenn hier jetzt der Rollerfahrer hinterher fährt. Ja. Die fahren immer dicht, der auf jeden Fall selbst Roller. Wenn man das in den Helm kriegt und wissen Sie, was dann passiert? Dann fragt die Versicherung uns natürlich gerne mal, wie war denn das? Wie ist das denn passiert? Und dann sagen wir, ja, da sagt er, ist was vom Hänger runtergekippt und deswegen hat er das Ding verrissen. Bei so einer Sache ist das, weil es eben taghell ist. Normalerweise wird alles kostenpflichtig, was wir machen, weil wir hauptsächlich ja diese Verkehrsüberwachung machen. In dem Fall, ich darf ja eine mündliche Verwarnung dann auch aussprechen, ein sehr netter, kooperativer, einsichtiger Mensch. Dem glaube ich auch, dass er sich da leicht ransetzt. Eigentlich wäre das für den Führerschein so 10 Euro, für die Beleuchtungseinrichtung nochmal 15. Ich mache es mit einer mündlichen Verwarnung heute bei Ihnen. Auf Eiderstedt der nächste Fall. Wir wollen uns einmal das Gefährt angucken, am besten zusammen, falls so etwas auffällt. Haben Sie einen Führerschein dabei? Nein. Wir werden auch der Erste seit Wochen und Monaten. Ich weiß, ich sage, sollen wir ja eigentlich mithaben. Ich habe einen auf dem Trecker mithaben. Ich weiß, ich weiß. Es gibt welche, die haben die mit, die Streber. Da wohne ich, da kann ich hinfahren. Sie wirken auch ehrlich und normal. Ich glaube Ihnen das eher. Ja, kommen Sie einmal zu mir. Wenn die nicht zugelassen sind, die Anhänger, dann müssen da ja fünf Voraussetzungen erfüllt sein, um diese Zulassungsfreiheit auch zu bewirken. Landwirtschaftlicher Betrieb, sage ich mal ja. Landwirtschaftlicher Zweck, können wir auch nicht streiten. Vorne muss eine Zugmaschine dran sein oder eine Sam ist dran. Und jetzt kommen die beiden 25er. Sie dürfen nur 25 fahren. Das kann ich Ihnen nicht beweisen. Das ist nicht mehr doll zu sehen. Das ist nicht mehr doll zu sehen. Das lasse ich noch mal als 25er-Schild durchgehen. Ja. Die fünf kann man erkennen und das kann auch nur noch eine zwei werden. Deswegen sind wir nicht in der Straftat. Aber der muss ein Wiederholungskennzeichen haben. Wenn man jetzt hier so hinter ist und damit passiert es. Die fahren jetzt da ein Schild an oder so. Hinten fährt einer und will jetzt melden, oh, hier ist ein Trecker unterwegs. Der hat ein Schild angefahren. Ja, ja. Zum Beispiel. Und dann fragt der Kollege von der Leitstelle der Kennzeichen. Weiß ich nicht. Trecker konnte ich nicht sehen und hinten war nichts dran. Deswegen müssen die Wiederholungskennzeichen haben. Guckst du mal vorne einmal bitte? Ja, das geht schon mal nicht. Da kommt nix. Wo der Fehler liegt, ich bin kein Elektriker. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber da kommt nichts an. Und einmal bitte Bremse. Da ist kein Kontakt. Wenn wir keine Bremsleuchten hätten und keinen Blinker hätten, das ist hammergefährlich. Gerade sie biegen ja nun auch nicht da ab, wo normale Autos abbiegen. Die biegen aufs Feld. Da rechnet keiner mit. Auf einmal geht der Trecker links oder rechts rüber, ohne dass man den Blinker sehen konnte, ohne dass man die Bremsleuchten sehen konnte. Da haben wir grausame Unfälle gehabt mit. 150 Euro Bußgeld. Weiter Richtung Norden. Der Regen hat sich verzogen. Immer mehr Landwirte sind am Mittag auf Nordfrieslands Straßen unterwegs. Sowas geht überhaupt nicht. Und sowas an der Seite geht auch nicht. Wenn die Steine da runter purzeln, dann brauchen wir nicht schnacken. Wie gefährlich das für die anderen Verkehrsteilnehmer ist. Das gibt sicherlich schwerste Verletzungen, wenn ich sogar tödliche. Sowas geht gar nicht. Alles Lose drauf. Das kann alles runterfallen. Gerade dieser Klotz da oben. Ich werde jetzt eine Ordnungskernanzeige gegen dich schreiben, wegen mangelnder Ladungssicherung. Ich meine, das sind 90 Euro. Ja. Gibt auch einen Punkt. Okay. Und das musst du gleich sehen, dass du das hier geändert kriegst. Ja. Fahrzeug von links. Ja, ich zieh einmal den. Der Versuch, den Bauschutt vor Ort zu sichern, scheitert. Wenn wir jetzt hier auf diesem Weg bis da vorne hin. Ja. Gut, dann fahren wir einmal. Hast du die Daten alle? Ja. Dann fahren wir einmal vorweg. Ja. Dass von vorne keiner kommen kann. Ja. Der Lohnunternehmer muss ab und umladen, bevor er weiterfahren darf. Auch wenn die Kontrollen in der stressigen Erntezeit stören. Die meisten Landwirte sind doch einsichtig, sagen Dirk und Dirk. Denn die Bauern wissen, den beiden Polizisten geht es um mehr Sicherheit auf Nordfrieslands Straßen. Zwei Tage später. Lagebesprechung in der Polizeidirektion Husum. Eine Großkontrolle ist geplant. Einsatzleiter ist diesmal Dirk Jakobsen, obwohl sein Kollege Renk als Hauptkommissar sein Vorgesetzter ist. Hauptmeister Jakobsen soll zeigen, dass er mehr kann als Streifendienst. Wir werden heute das Bachblütenfest, die Anreise kontrollieren. Ich habe genug Urinproben dabei. Ich habe Algometer dabei. Er ist also auf der Kontrollstelle. Peer, du nimmst dir bitte noch ein Bett. 20 Beamte von Bundes- und Landespolizei sowie vom Zoll sind im Einsatz. Denn direkt neben der Landebahn des kleinen Flugplatz Schwesing bei Husum wollen Techno-Begeisterte abheben. Das Bachblütenfestival ist nicht nur bei der Polizei bekannt für exzessiven Drogenkonsum. Auch die Veranstalter wissen, was auf sie zukommt. Tanzen ist tatsächlich für die Hälfte der Leute schon ausreichend. Es gibt eine andere Hälfte, aber mein Gott, auf die passen wir ganz gut auf. Schon mal mit Drogen in Kontakt gekommen? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wann das letzte Mal? Sie wissen, dass Sie bei der Polizei keine Angaben machen brauchen, aber ich frage Sie trotzdem, wann das letzte Mal? Vor drei Wochen. Drei Wochen. Sind Sie mit dem Drogentest einverstanden? Natürlich. Ja, kommen Sie einmal mit mir bitte mit, dann machen wir das da hinten einmal ganz kurz. Und was? Habe ich einen Joint gebraucht. Einen Joint? Ja. Dann dürfte jetzt ja eigentlich nichts mehr da. Ja, da werden Sie nichts finden. Nee, das ist auch gut denn. Bei den Urinproben schauen die Beamten immer genau hin. Wir haben uns angewöhnt, zuzugucken dabei, wenn die Urinprobe abgegeben wird, weil es Möglichkeiten gibt, da zu betrügen. Es gibt Gummipenisse, die kann man sich in der Hose umschnallen, da kommt dann eine urinartige Flüssigkeit raus. Sogar wenn man die bricht, dann ist die sogar warm. Oftmals versuchen die Leute, wenn man da nicht aufpasst, auch ein bisschen Wasser aus der Toilette mitzunehmen und so weiter. Das ist allerdings dann kalt, das merken wir schon. Aber es nützt nichts, wenn wir nach Drogen suchen oder auf anderen versteckten Gegenständen, müssen wir mal so intim werden. Wenn irgendwo der Strich ausbleiben sollte, müssten wir zur Blutprobe. Aber so wie das aussieht, ist alles gut. Meine Frau ist schwanger. Na, den Glückwunsch, ne? Danke. Gut, tschüss. Nur der Zoll darf auch ohne Einwilligung der Festivalbesucher die Autos und das Gepäck durchsuchen. Was hast du hier? Oropax. Wollt ihr mit Oropax handeln? Nein, die gab es für drei Euro bei Amazon, so viele. Die musste ich mitnehmen. Aha. Clever. Pack weg. Haben Sie irgendwas an Drogen dabei? Wenn ja, können Sie es mir jetzt gleich sagen. Wir finden es sehr. Wir haben Hunde dabei, wir finden es. Ja. Gut, was hast du dabei? Gras haben wir dabei. Gras, wie viel? Weiß nicht, drei Gramm. Bitte einmal hier damit. Das ist jetzt alles, was du dabei hast. Genau. Der Erwerb und Besitz von Cannabis ist strafbar. Was ist da drin? Ja, auch das. Auch und da auch. Und da auch, ja. Gut. Das nehme ich erst mal so an. Wird aber bis zu einer Menge von sechs Gramm nicht verfolgt. Dies aber nur, wenn die Polizisten von Eigenkonsum ausgehen können. Die Fahrt zum Festival ist trotzdem vorbei. Denn die Urinprobe ist positiv. Dem Fahrer wird Marihuana-Konsum nachgewiesen. Er muss zur Blutprobe. Dieses Fahren unter dem Einfluss ist eigentlich nur eine Ordnungswilligkeit. Wenn es das erste Mal ist, muss er damit rechnen, eine Geldbuße in Höhe von 500 Euro plus die ganzen Verfahrenskosten. Also das, was die Blutprobenentnahme kostet und so, dass er das bezahlen muss. Dann ein monatliches Fahrverbot. Wenn eine bestimmte Menge nachgewiesen wird im Blut, kommen diese Leute noch ins sogenannte Drogenscreening. Das heißt, die Führerscheinstelle, die Ordnungsbehörde wird dort regelmäßig weiterhin überprüfen, ob die Leberwerte in Ordnung sind. Und wenn die nicht in Ordnung sind, dann zu den nicht angekündigten Kontrollzeiten, dann bleibt der Führerschein erstmal weg. Die Beamten finden immer mehr illegale Drogen bei den Festivalbesuchern. Noch irgendwas anderes an Drogen oder so? Hast du auch noch Stoff mit? Komm, dann gib das raus. Wir lassen das gleich wirklich doch einen Hund durchsuchen. Gib's raus, komm. Du hast das in den Taschen und ich finde auch noch mehr. Erstmal Inhalator. So, Zeig her. Ja, noch mal Teledin, Melkoron. Das will er gefunden haben, das befindet sich in seiner Kulturtasche. Kokain, Ecstasy, Amphetamin. Alles angeblich auf der Straße gefunden. Auch einen Schlagring mitzuführen ist verboten. Was in so einer kleinen Töscherl alles so drin sein kann, ne? Ja. Manchmal hat man Glück beim Laufen. Was ist das? Jetzt erzähl, was ist das? Das weiß ich nicht. Ich hab's gefunden. Gut. 0,59 Gramm. Die Drogen werden sichergestellt und mit einem Schnelltest bestimmt. Hier, damit du weißt, was du gefunden hast, ne? Was ist es denn? Sagen wir nicht, dass es Kux ist. Ne, ist es nicht. Amphetamin. 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 Eine synthetische Droge, auch verboten. Die Bilanz, 26 Anzeigen wegen des Besitzes von Drogen. Neun Fahrer mussten zur Blutprobe, da sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Für Einsatzleiter Dirk Jakobsen ein erfolgreicher Tag. Ferienzeit ist Campingzeit. Eine Woche später kontrollieren Dirk und Dirk mit ein paar Kollegen den An- und Abreiseverkehr auf der B5 in Süder Lügung, nahe der dänischen Grenze. Wir haben das Problem auch, dass man, wenn man denn ins Ausland fährt, viel mitnimmt, um sich wenig kaufen zu müssen dort. Das wird teilweise schlecht gelagert in den Wohnmobilen oder auch in den Wohnwagen gespannen. Dann wird teilweise auch zu viel mitgenommen. Dann müssen wir sagen, Stopp, da muss was runter. Denn weil die Lasten, die dort eingetragen sind für diese Fahrzeuge, die haben ja einen guten Grund. Sind die dann zu hoch, wird die Eigenschaft des Fahrzeugs verändert. Bei Extremsituationen, da passieren schlimme Unfälle mit und das versuchen wir so ein bisschen einzudämmen heute. Darf ich einmal ganz kurz reingucken, mal sehen, was Sie so ein bisschen mithaben. Sie sind zu zweit, ja? Ja. Ja, okay. Das ist nicht zu schwer, denke ich mal. Wir haben einmal leer gewogen, damals wie wir ihn gekauft haben, haben den dann einmal urlaubsfertig gemacht und sind dann nochmal auf die Waage und haben gesagt, naja, das wird so ein bisschen knapp und deswegen haben wir uns dann mal entschieden, den Anhänger zu kaufen. Ich bin ein leidenschaftlicher Windsurfer und ich hatte vorher mein Windsurfer-Material drin und das war dann grenzwertig. Auch drinnen kann nichts rumfliegen und zum tödlichen Geschoss werden. Gut. Schönen Urlaub. Kommen Sie gut hin, kommen Sie gut zurück. Dankeschön. Wer verdächtig viel geladen hat, kommt auf die Lkw-Waage eines Getreidehändlers. Ich mach mal gleich mal alles so, wie es jetzt ist. Ich muss mal ein Foto machen. Beweissicherung. So. Er darf haben 3100 Kilogramm und hat 3520. Da müssen wir was runternehmen. Also ganz einfach, meine Frau hat einen Führerschein. Ich fahr so gerne Fahrrad. Ich bin der Schwerste an Bord. Wasser ablassen, Hundefutter auf dem Hänger. Ich hab ja den Träler dabei. Nachdem der Dänemark-Urlauber 100 Liter Trinkwasser abgelassen und säckeweise Hundefutter zum Anhänger bringt, darf er weiterfahren. 30 Euro weniger in der Urlaubskasse. Wenn man mal so guckt. Der ist schon ganz schön tief. Den würde ich mir trotzdem gleich gerne noch mal angucken, was der insgesamt wiegt. Da vorne haben wir eine Waage. Machen wir gleich. Ja. Okay. Dann bitte einmal Verbandskasten und Warndreieck. Oh, scheiße. Das liegt ganz hoch. Wie, ne? Da kann er den unten in den Klappen sitzen. Den lassen wir doch mal. Danke schön. Die Nordfriesen müssen auf die Waage, bevor es weiter nach Blavand gehen kann. 20 Kilo ist so viel. Du darfst sogar 2 zu 30 haben hier. Wir ziehen da eben noch 20 ab. Das ist in Ordnung. Der ist nicht überlaufen. Weiter geht die Reise. Zum Kitesurfen an die Nordsee. Also wenn wir runterkommen von der A7 aus Dänemark, auf die B200. Ich spring raus, renne nach rechts, mache den Verkehr aus Husum zu. Du fährst nach links hoch, machst da dicht. Nachtschicht für Dirk und Dirk. Ein Schwertransport hat sich angemeldet. Die beiden Polizisten sollen wieder einmal eine neue Windkraftanlage von Dänemark nach Dithmarschen begleiten. Das ist schon ein ganz schöner Klops. 40 Meter lang, zwei Stücke hintereinander. Das sind Turmteile für Windkraftanlagen. 4,50 Meter Breite ist gefährlich. Seit 18 Uhr sind die beiden Beamten bereits im Dienst. Erst gegen 1 Uhr in der Nacht soll es losgehen. Wir dürfen vorgeplant natürlich eigentlich nicht so lange arbeiten, generell. Aber hast du ja manchmal, du kannst die Zeiten nicht genau berechnen. Dann sagst du mir, guck mal, du holst den jetzt aus Frösleff ab und fährst runter auf die A23. Da rechne ich so mit zweieinhalb Stunden. Das können aber auch mal vier werden. Wenn der nicht durchkommt richtig, wenn von vorne der Milchlaster kommt und wir müssen noch rangieren. Wir wissen ja nie, was kommt. Geplant ist eigentlich, dass wir in den humanen Arbeitszeiten bleiben. Aber wir lassen den ja nicht irgendwo stehen und sagen jetzt, hier, Feierabend, das geht nicht. Das passt nicht. Vor 4 Uhr werden die Beamten wohl kaum zu Hause sein. Die beiden Polizisten sind Familienväter, leben in Dörfern nahe Husum. Wir sind ja die Polizei vor Ort gefahren. Doch leben heute, Dirk. Wir übernehmen jetzt unseren Schwertransport mit der Nummer 714. Einmal von Frösleff bis runter auf die A23. Zwei Fahrzeuge. Ich hab Glück. Ich hab bei den Nachtdiensten eigentlich überhaupt kein Problem. Ich bin allerdings auch kein guter Schläfer, wenn ich also nachts bis 3, 4, 5 Uhr arbeite. Manchmal auch bis sechs und leg mich dann hin, dann bin ich um elf, halb zwölf spätestens schon wieder wach. Und hab aber auch trotzdem dann keine Müdigkeitserscheinung den ganzen Tag oder sonst irgendwas. Das ist irgendwie so drin. Andere können bis 2, 3 Uhr schlafen. Ich kann das nicht. Aber aufgrund meiner kleinen Kinder ist es für mich natürlich am schönsten, wenn ich tagsüber frei hab und dafür nachts arbeite. Und dann sind diese paar Nachtdienste, die ich da machen muss, eigentlich für mich recht willkommen. Ich hab viele, viele Jahre Schichtdienst gemacht und ich habe richtig körperliche Probleme, dass ich nachts nicht mehr richtig schlafen kann. Ich bin jede Nacht 2, 3, 4 mal wach, stehe morgens ganz früh auf, weil im Bett rumliegen, dann kriege ich Rückenschmerzen oder so. Also das ist tatsächlich schon, dass man merkt, diese Wechselschichtdienste. Das war ja nicht so, dass ich eine Woche durchgehend Nachtdienst gemacht habe, sondern ich hab den einen Tag Spätdienst, am nächsten Tag früher Nachtdienst und das hab ich 18 Jahre gemacht. Und das schlaufe nachher und das merkt der Körper auch. Eine halbe Stunde vor Mitternacht haben sie die dänische Grenze erreicht, der verabredete Treffpunkt. Auf jeden Fall müssen wir irgendwo in die Mitte. Ja, dann folgen wir den Pfeilen. Folgen Sie den Pfeilen. Das ist neu, das hab ich beim letzten Mal noch nicht gesehen hier, mit dieser Landebahn. Da vorne steht er. Das ist die Heimwehr, glaube ich, wieder. Kurz hinter dem Grenzübergang warten bereits 131 Tonnen Material auf die Weiterfahrt. Die freuen sich natürlich auch immer, wenn wir jetzt kommen. Die warten hier teilweise stundenlang, manchmal sogar tagelang, wenn's denn nicht weitergeht. Ah, das sind alte Bekannte. Man kennt sich mit der Zeit, ja. Da ist er wieder. Das sind gute Leute. Ihr könnt auch nicht schlafen, wie ich sie. Nee. Dann brauch ich einmal die Genehmigungen, bitte. Während Dirk Renck die Genehmigungen kontrolliert, guckt sich Dirk Jakobsen den Schwertransport genau an. Ich achte jetzt eigentlich so ein bisschen darauf, auf die Beleuchtung von der Seite hier. Diese einzelnen gelben Leuchten, denn wenn man sich jetzt vorstellt, dass man mit dem nachts auf der Landstraße unterwegs ist und wir haben ein bisschen Nebel. Und dieses weiße Ding ist den kaum zu erkennen vom Verkehrsteilnehmer. Ob da lose Sachen draufliegen, teilweise haben wir da Schrauben, Bolzen und alles Mögliche draufliegen gehabt hier auf diesen Flächen. Und dann einmal gucken, am Fahrzeug längs, hier von hinten her, die Warntafeln und die Beleuchtung, dass die vorhanden ist. So ein bisschen die Reifen einmal längs gucken. Ja, der darf diesen Monat auch noch zum TÜV. Solche Transporte sorgen für immer mehr Überstunden bei der Polizei. Für eine so eine Windkraftanlage muss man, ich glaube, neun Transporte haben. Und das ist schon eine Menge Holz, was da so durch die Lande schwirrt, wenn man sich mal die Windparks anguckt. Ja, dann würde ich sagen, hauen wir ab. Kurz nach Mitternacht, rauf auf die A7. 100 Kilometer weit sollen Dirk und Dirk nun für Sicherheit auf den Straßen von Nordfriesland sorgen. Ich gehe rein. Dirk Renk ist in dieser Nacht der Springer. Er sichert Kreuzungen und Zufahrten ab. Hauptaufgabe der beiden, den entgegenkommenden Verkehr warnen. Wir versuchen natürlich so ein bisschen schon in die Fahrspur reinzugehen, ein Stück weiter auch gehen, als die Breite des tatsächlichen Transportes ist. Dass wenn jemand jetzt von vorne kommt, zu der gesamten Beleuchtung, die man manchmal gar nicht einschätzen kann, sieht man auf seiner Fahrspur ein Fahrzeug. Das sollte wirklich die Leute dazu bringen, zumindest langsamer zu werden, vielleicht sogar stehen zu bleiben und vor allen Dingen rechts rüber zu ziehen, soweit es denn irgendwie geht. Wir drängen ja keinen Graben oder nötigen ja auch keinen zu einer Vollbremsung. An Kreiseln, Brücken bleiben oft nur wenige Zentimeter Platz. Also noch kannst du ja hochlassen, ne? Die sind ja noch am Pumpen hier. Immer wieder müssen die Schwertransporter hydraulisch herabgelassen werden, damit sie unter Brücken durchpassen. Ich glaube, wir können! 2.30 Uhr. Das Ziel Heide fast erreicht. Wenn wir mal auswacht bleiben, ne? Ich fühle mich gut. Also ich bin mir sicher, wenn ich nicht mehr zu Hause bin und im Warmen und dann im Bett liege, dann fallen die Augen auch zu. Aber jetzt gerade, also ist alles noch gut. Ich kann noch Bäume ausreißen. Jetzt übernehmen die Kollegen. Rückfahrt nach Husum. Gegen 4 Uhr endlich Feierabend. Ende September. Hochsaison bei der Maisernte. Das wissen auch Dirk und Dirk. Großkontrolle in ganz Nordfriesland. Acht Fahrzeuge haben die Spezialisten für Land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge in den Einsatz geschickt. Vier kontrollieren den Norden, vier den Süden. Eine Verkehrskontrolle. Haben Sie einen Führerschein dabei? Einen Fahrerschein? Haben Sie einen Führerschein, ja. Oder haben wir den schon? Der gefällt mir von hinten eigentlich ganz gut. Weil Sie einer der wenigen sind, muss ich leider so sagen, der bei der Stellmaschine auch mal die Warntafeln angebracht hat. Das ist in Ordnung. So, ganz wichtig. Ähm, danke. Was noch nicht ganz so gut gefällt ist, das wissen Sie vielleicht auch, sind Sie Landwirt vom Beruf auch? Das ist ja die äußerste Leuchte hier von Ihrem Trecker, ne? Ja. So, von hier bis zur äußeren Kante. Wenn das mehr als 40 Zentimeter sind, muss hier vorne auch eine Warntafel. Hör ich das erste Mal, wusste nicht. Wussten Sie nicht? Ne. Das ist die äußere Lampe, das geht bis dahin. Ich glaube, da brauchen wir schon gar nicht mehr messen, ne? Da der junge Landwirt verspricht, die Warntafeln anzubringen, verzichtet Renk auf das Bußgeld von 15 Euro. Bei Leck wird Mais geerntet. Da fällt immer etwas ab. Können Sie mir unter Verkehrssicherheiten Gefallen tun, dass Sie zumindest ab und zu mal einmal hier da drunter wischen? Weil das, wenn das von der Fläche runterfällt, auf der Straße liegen bleibt, das bei einem gar nicht schlimm. Und bei einer Tour. Aber ich weiß nicht, wie viele Autos da im Gange sind. Die Masse macht's nachher. Wir sind zwar selber auch immer darauf bedacht, dass wir immer unser Licht und alles in Ordnung haben. Und gut, diese Kleinigkeiten jetzt mit Mais runterkratzen. Ich fahr selber Motorrad. Ich weiß, wie das ist, wenn man auf sowas, das ist wie Schmierseife, da kann man leicht mal kapazieren gehen. Gepasst werden muss das. Selbst wenn weitgehend alles in Ordnung ist, einen Kontrollbericht stellen Dirk und Dirk immer aus. Zu 90 Prozent würde ich auf jeden Fall sagen, dass die Leute darauf aufpassen, dass ihre Maschinen in Ordnung sind, dass Licht funktioniert, dass die Tonnen eingehalten werden, dass man auch mit Klasse T-Führerschein oder eben mit Klasse 2 diese Maschinen fährt. Und nicht jeder kleine 15-Jährige da drauf ist, das ist einfach zu gefährlich. Das ist eine Strafanzeige, kann ich jetzt schon sagen. Keine einzige Warntafel ist an dem messerscharfen Gerät montiert. Moin, moin. Können Sie den Trecker einmal ausmachen, bitte? Wie alt sind Sie? 16. 16. Die fahren mit einem 50er-Trekker? Da muss ich Sie jetzt einmal belehren, mit Beschuldigten in einem Strafverfahren, das ist Fahren ohne Fahrerlaubnis. Ja. Wissen Sie, glaube ich, das ist ja in Ihrem Gesicht, ne? Damit dürfen Sie nicht fahren. Ne. Dann ist die Fahrt für Sie erstmal hier zu Ende. Der Landwirt will verhandeln. Ne, ne, da an der Strafzart können wir kein Auge zudrücken. Tja, aber die Ursache setzen Sie, ne? Und Sie lassen Leute mit Ihrem Trecker fahren, die keinen Führerschein dafür haben. Dafür sollten Sie sich eigentlich dann erstmal schämen, oder nicht? Und nicht noch Ansprüche stellen. Dann werde ich zwei Strafanzeigen fertigen, eine gegen Sie und eine gegen den Fahrer. Und das kommt dann alles schriftlich. Ja? Ihr Ziel, mehr Sicherheit auf den Straßen. Für alle Verkehrsteilnehmer. Und deshalb werden Dirk und Dirk auch morgen wieder irgendwo in Nordfriesland auf Streife sein. Dirk und Dirk und Dirk und Dirk und Dirk.